Im Rennen um den Posten des Oberbürgermeisters der bulgarischen Hauptstadt Sofia wird es eine Stichwahl geben, da die Kommunalwahlen kein eindeutiges Ergebnis erbracht haben. Die Kommunalwahl in Bulgarien hat keine Entscheidung über den Oberbürgermeisterposten in Sofia gebracht. Vassil Terziu, der Kandidat des Regierungsbündnisses aus der Partei Wir setzen den Wandel fort, PP, und der reformorientierten Partei Demokratisches Bulgarien, DB, führte laut ersten Prognosen am Sonntagabend deutlich. Allerdings verfehlte der 45-jährige Unternehmer mit etwa 38 Prozent der Stimmen die erforderliche absolute Mehrheit, wie aus Wählerbefragungen nach der Abstimmung hervorging. Am kommenden Sonntag wird es eine Stichwahl zwischen Terziu und der zweitplatzierten Kandidatin der oppositionellen Sozialisten, Vanya Grigorowa, geben, die laut Prognosen etwa 20 Prozent der Stimmen erhalten hat. Mit offiziellen Endergebnissen wurde am Sonntag nicht gerechnet. Die derzeitige Oberbürgermeisterin von Sofia, Jordanka Vandakova, die der Mitte-Rechtspartei GERB angehört, trat nach knapp 14 Jahren im Amt nicht erneut an. Laut Umfragen sind der übermäßige Straßenverkehr mit vielen Staus, der Mangel an Parkplätzen, die intensive Bebauung, die Luftverschmutzung, die ineffiziente Müllabfuhr und die unzureichende Korruptionsbekämpfung die größten Probleme der 1,5 Millionen Einwohner der Hauptstadt.